Hallo Kinder, ich grüße euch. Hey, Frühlingszeit ist Blumenzeit und ist auch Blütenzeit und ist auch Bienenzeit. Und wo wohnen die Bienen? In einem Bienenstock. Ja, so heißt das Bienenhaus. Und ich habe hier auch einen Bienenstock. Schaut mal, das ist er. Here is the Beehive. Hier ist der Bienenstock. But where are the bees? Wo sind die Bienen? Hidden away, versteckt, where nobody sees. Wo sie niemand sehen kann. Watch, shout, and you see them come out of the hive. Und ihr seht, wie sie aus dem Bienenstock auskommen. One, two, three, four, five. Hallo Bienchen. Wolltest du für uns nochmal ins Haus schlupfen? Ja, gut. Nochmal. Here is the Beehive. But where are the bees? Hidden away, where nobody sees. Watch, and you see them come out of the hive. One, two, three, four, five. Oh, das ist großartig. Das macht mir großen Spaß. Bitte, Biene, noch einmal, okay? Ja. Wo ist euer Bienenhaus? Ja, ich sehe es. Here is the Beehive. Hier ist der Bienenstock. But where are the bees? Wo sind die Bienen? Hidden away, versteckt, where nobody sees. Wo sie niemand sehen kann. Watch, shout, and you see them come out of the hive. Und ihr seht, wie sie rauskommen. One, two, three, four, five. Bzzzzzzz....